Diese Säulen sind hier und das ist halt ein Vorgang und wichtig, das hat die Natur vor. Und hier hat die Materie in die Kabe ab und sie sehen hier in diesem Versaulung, hier in dem Reich, der Mauer in der Schacht. Die Kabe ab und sie sehen hier in diesem Versaulung, hier in diesem Versaulung, hier in diesem Versaulung. Die Kabe ab und sie sehen hier in diesem Versaulung, hier in diesem Versaulung, hier in diesem Versaulung. Die Kabe ab und sie sehen hier in diesem Versaulung, hier in diesem Versaulung. Aber auch in die Frauen, ja, in kleinen Sachen. Und mit Stoffeln. Der Vampirfilm hier gedraht. So, Ende der Excusie. En nu 40 meter trap omhoog.